Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blog. Das ist zwar der erste Blog, aber scheiß dran. Hi, also ich merke gerade, als ich bin am Schneiden des Videos, merke das einfach immer, der nicht gefilmt hat, total, man kann einfach die Person einfach nicht hören. Und ich werde das jetzt als Untertitel einblenden, was die Person gesagt hat, also ich oder Emma. Der Beweis, dass Angelina mich auf den Schlitten ziehen kann. Ich? Das können wir jetzt machen, das ist selber nicht. Genau, du weißt selber nicht, was wir machen. Wir werden jetzt da runterrutschen. Sieht zwar nicht so steil aus, aber ist schon ganz schön. Nein, ich kann nicht mehr. Ja, du bist da ja auch noch nie runtergerutscht, ist das dein Ernst? Da vorne am besten. Da vorne. Hey, wir können auch da runterrutschen. Da vorne. Ja, Angelina, das müsste dich doch eigentlich auch überfordern. Ja, klar, da. Los, Angie, du musst da lang. Du musst dich jetzt da hochziehen. Challenge time. Alles klar. Ich ziehe mich auf meinen Schlitten. Alles klar, Angelina. Vor allen Dingen, ne, letztens hat mich Jean-Ricard so gefragt, ja, ich weiß, womit ich dich blamieren könnte. Ich so, ja, was denn? Hast du einen YouTube-Kanal? Ich so, nein. Er so, oh, schade. Hä, und wenn? Ich würde ihm ja nicht den Namen davon sagen. So dumm bin ich nicht. Ja, vielleicht doch. Kannst du es hin? Warte, warte kurz. Äh, halt fest, halt fest. Angie, meine Schuhe hat kein Profil. Angie, bleib hier. Okay, hier würde ich sagen, ne? Hier? Ja, da. Gut, du hältst. Ich mach's dir zuerst. Kann ich das machen? Wenn mir irgendwas passiert, bist du da, ja? Ja, klar. Ich lauf schnell weg. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Das war mega geil. Das sieht aus, als hättest du einen Mundschutz auf. Ja, alles klar. Angelina wird ihr Glück versuchen. Ich hätte verstanden, ich würde es nicht sein. Angelina wird jetzt auch runterfahren. Wo willst du runterfahren? Angi, wo willst du runterfahren? Alles da. Also wir haben die beste Webcam, muss man uns lassen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alter, ich wackel so hart mit der Kamera, ne? Los, Angie. Und sie kommt an. Was für die Länge? Was für die Länge? Doch, klar. Du musst dein Gewicht verteilen. Boah, die hat keine Ahnung vom Schlittenfahren, ne? Ich hab da gerade angefasst. Da. Peace. Komm mal wieder zurück nach Hause. Also das war's mit dem Vlog, war kurz, dumm und scheiße. Und ich weiß nicht, YouTube sieht das. Aber es wird jetzt dunkel und ich werde gleich abgeholt. So, das wird jetzt ab 18 Uhr, äh 18 Uhr, das wird jetzt ab 18 Uhr gesperrt. Und bye. Alles klar? Ich kann mit den Alkalo. Geht ihr alles gern? Ja. Daavasuf? So, ja. Bis zum nächsten Mal.